Kommen Sie zur Gasse 4. Ein kleiner Junge vermisst Sie... vermisst Sie... vermisst er... wow. Okay. What? Geh mit zu den hier. Geh mich angucken. Okay, hier gehts weiter. Das habe ich gar nicht gesehen. Alter, der Junge ist kreativ. Ja. Was gucken die denn alles an? Ich will es auch sehen. Obwohl kommt einfach ein hartes Geräusch und es juckt die Garnier. Ach, juckt mich nicht. Boah, dann hätte er sich schon fest. Nice. Aspekt, Junge. Oh, das ist meine Rettungskapsel. Krass. Oh, das ist meine Rettungskapsel. Warte. Ja, ja, Rettung genau. Okay, da gehts anscheinend doch woanders lang. Okay, es ging ja auch noch die Treppe runter. Moin Anholy, wie gehts hier? Okay, es gingen ja auch noch die Treppen runter. Dann kommen wir erstmal um den Umgang. Wir haben einen Rettungskapsel für die Menschheit. Was ist drin? Wieso? Wohin nicht, genau so. Warte. Ah ja, okay. Okay. Hm. Hm. Anno, verraten wir mal bitte, wie lange das Spiel ungefähr noch geht. Ja, du bist vollkommen irre, Mann. Dankeschön. Ja, okay. Los, du schaffst es, schwimm schneller Ja, fahren Ich glaube Minuten Das Spiel geht jetzt noch 5 Minuten Also ich bin 5 Minuten durch mit dem Spiel Ich hoffe ich muss dir nicht erst den Kopf abhacken, um dir zu beweisen, dass ich mit einer Waffe umgehen kann Ja, du bist vollkommen irre Mann Warte, Moment Warte, Moment Wo es nicht los geht Ah, ok Jetzt wäre in 5 Minuten für mich Oh, ich hab keine Sachen mehr Hallo Wow Wow In den Händen Ihr Gehaften Es ist sehr merkwürdig Es ist sehr merkwürdig Es ist sehr merkwürdig Es ist sehr merkwürdig Geh unter mir Ja, es ist sehr merkwürdig Geh unter mir Das ist mein Freund nicht. Der Detail von mir Ich nehme meine Kumpels alle bis Stop that What? Weiter geht's Weil vor den Feuil durch die durch Was zur Hölle? Auf geht's ey! Ein krankes Spiel Haltet es! Da fände ich wie zwei, vier Beine das ganze Ding hier halten sollen Unmöglich Wenn die einfach nur zugucken, oder? Das sieht aus wie ein Herz Oh da haben wir jemanden verloren Krawall und verliebt der Mü Krawall und verliebt der Mü Nicht ernst Ich kann ja nicht springen Ich darf einfach raus, ich will durch Oh! 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 Das geht hier nach rechts, okay Alter, die sind am bluten Ne, das ist von dem Mal sauber machen, gell Mal sauber machen, gell Oh! 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 ne ich kann nicht einfach den Balken mitnehmen Alex hat sich entwickelt, ja oder? zu einem ich weiß ja nicht, wie soll ich gehen, das ist lustig hoch mit uns witzig, dass keiner, als ich deine Waffe hat und dann mal wieder jemanden verloren Verluste gut, dein Futschritte gut 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 Perfekte Tür aufgemacht Wieder Verluste